Hi, hier ist Matthias von DiePraxisFamily. Heute geht es um die Leber. Ja, die Leber ist eines der wichtigsten Organe, das wir im Körper haben. Die Leber ist unglaublich wichtig für den kompletten Proteinstoffwechsel, für den Hormonstoffwechsel, für das Entwickeln von Enzymen, überhaupt für die Entgiftung, den Umbau von Stoffen aus dem Körper von A nach B. Ohne die Leber ist ein Leben nicht möglich und wir sollten auf sie sehr gut aufpassen. Umso schlimmer, dass ganz viele Menschen mittlerweile immer mehr Menschen aus der Bevölkerung entwickeln, die sogenannte nicht-alkoholische Fettleber. Es sind mittlerweile 35 Prozent der westlichen Bevölkerung davon betroffen. Jetzt kann man die Frage stellen, wie kann das sein? Wo kommt das her? Nicht-alkoholische Fettleber heißt ja schon mal ganz klar, es hat nichts mit einem übermäßigen Alkoholkonsum zu tun, so wie man das bei einem Alkoholiker vermuten würde. Ja, die Leberwerte, wenn man sich die anschaut, da rümpft der Arzt dann auf die Nase und sagt, hm, haben Sie ein Gläschen zu viel getrunken? Das ist oft nicht der Fall. Viele der Menschen, die diese nicht-alkoholische Fettleber haben, trinken überhaupt kein Alkohol. Und das ist eben die Frage, wo kommt das her? Und Hauptursache ist hier erstmal zunächst eine Überforderung der Leber. Die Leber kann ihren normalen Stoffwechselprozess nicht mehr gut machen. Und Hintergrund sind in der Regel Ernährungsprobleme. Die Ernährung mit Zucker, mit Substanzen, die ganz einfach dazu führen, dass die Leber verfetten kann. Der Industriezucker spielt eine Rolle, aber vor allen Dingen auch der Fruchtzucker. Fruchtzucker, damit ist nicht gemeint das Essen von Obst, sondern mit Fruchtzucker ist gemeint vor allen Dingen das Essen von künstlich zugesetzten Fruchtzucker in Getränken, in Süßigkeiten, in vielen Gebäckarten ist künstlich zugesetzter Fruchtzucker. Und das sollte man auf keinen Fall in irgendeiner Form zuführen im Übermaße. Dann sind Schwermetalle ein großes Problem. Wenn man Schwermetalle in der Leber hat, hat die Leber grundsätzlich nur eine geringe Kapazität, überhaupt sich selbst gut zu heilen. Und was ebenfalls ein Riesenproblem ist, sind die ganzen Transfette, die wir zuführen durch Gebratenes, durch Pommes, durch Chips. Das sorgt mit für die nicht-alkoholische Fettleber. Und natürlich alles, was tierisch ist. Also Fleisch, Fisch, diese ganzen tierischen Lebensmittel, Milchprodukte, sollte man im Grunde reduzieren auf ein Minimum, am besten ganz weglassen. Und dann hat die Leber eine gute Chance. Wenn man jetzt schon diese nicht-alkoholische Fettleber hat, wie kann ich ihr helfen? Das eine ist mal diese ganzen Dinge vermeiden, über die wir gesprochen haben. Das bringt schon mal richtig viel. Dann gibt es die Bitterstoffe, die eine große Rolle spielen. Mariendistel spielt eine große Rolle. Aber auch Antioxidantien sollte man hier zuführen. Entgiftung sollte man machen. Im Grunde macht es natürlich Sinn, das alles einzeln auszutesten und genau herauszufinden, was braucht man. Das machen wir mit dem Praxisfamily-System. Da werden wir genau zeigen und erklären, wie man das Ganze austesten kann. Wenn du da mehr wissen willst, wir haben einen Link hier unten. Da kannst du dich anmelden in unserer Akademie und kannst alles darüber herausfinden. Liebe Grüße. Ciao, der Matthias. Ciao, der Matthias.